Der mutmaßliche Chefplaner der Anschläge vom 11. September 2001 in den USA, Khalid Sheikh Mohammed, hat sich schuldig bekannt. Er sitzt im US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba in Haft. Auch zwei seiner Komplizen hätten die Angriffe eingeräumt, teilte das US-Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Ein US-Regierungsvertreter sagte, dass die drei Männer einer Vereinbarung zugestimmt hätten, um eine lebenslange Haftstrafe anstelle der Todesstrafe zu erhalten. Ihnen werden die Ermordung von fast 3000 Menschen bei den Anschlägen in New York und Washington vorgeworfen. Die Männer wurden zwischen 2002 und 2003 festgenommen, 2006 wurden sie nach Guantanamo verlegt. Laut ihrer Aussage wurden sie hier gefoltert.